Sag mal, was hast du denn an deiner Lippe gemacht? Wie siehst du denn aus? Lupe hat mich gehauen. Sag mal, deine Katzen, die spinnen, aber was war denn diesmal? Naja, er hat sich beschwert, dass auch er nie in diesem Katzenkalender auftaucht. Und dass ich mich doch mal dafür einsetzen könnte. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht so, wie Katzen sich das vorstellen. Zack, hatte ich eine hängen. Oh je. Vielleicht könnt ihr ja Schöffling mal darüber nachdenken. Finde ich auch.